moin sinds youtubes und herzlich willkommen zurück zu minecraft agrarians guys wieder mit dem fleißigen anpiste hingestellt ich war gerade eine kurze zeit afk und schon hat er hier kurze zeit stunden oder so was ja locker und dann hat er hier ein paar schulzern ganz normal ihr seht jetzt da das seht ihr bitte nicht dass das ihr ignoriert ihr es holzern und and stone und eis und noch ein bisschen eis und tinkers alloy gear was auch immer das ist ein bisschen deko kraft und das hier ein paar resonant flux capacicator die pokémon alles inventar präsentieren inventar werden wir alles im inventar nicht mehr questburg weggelegt zu behalten ich habe noch an podermint hat deswegen war es so voll ganz oder weg damit braucht doch kein schwein dann klick hier zu start das war ähm bei forse hoarding ne da manual sub mit nehme ich mal den oder nehme ich welchen welchen v-word back hast du genommen ist eigentlich egal ne scheiß drauf wenigstens ein epic okay epic ist glaube ich noch eine stufe höher ne ist noch mal noch mal noch mal noch mal besser was ich rauskriege corn seeds corn seeds ernsthaft das ist nix komische seeds die man nicht braucht ja gut vielleicht braucht man sind ja doch aber habe ich mir ganz anderen stüssel online inventar quest book zum beispiel soul send habe ich hier manual sub mit claim reward nicht das thema oh shit soul send 10.000 was ist darunter massiert stone okay ist ja egal willst auch schon hier pistons machen können leugier hast du manual sub mit die leugier hast du die sticky pistons hast du nicht ja weil wir das ganze war für sticky pistons gerade durchballer okay warte ich baller das mal weg hier wird die maschine umgebaut okay kein ding zack ich habe mit einem turm abgeklemmt jetzt haben wir auch wieder ein paar import und export basse jeweils acht so was haben wir denn noch hier ice ice baby da manual sub mit claim reward so haben wir noch die ice haben wir noch mal 10.000 das wird natürlich ein bisschen lustig obwohl wir nur noch ein paar von denen von den dings machen einfach mal was fehlten noch ich habe noch das ganze ganze end stone genau for the hoarding options end stone claim reward 1000 jawohl gönnung gönnung pur dann hast du noch was von dem von dem deco craft gemacht ne wo ist denn das ganz der letzte unter for the hoarding und dann der letzte unter for the hoarding und dann das letzte ach so wir sehen da in den hauptding ich weiß ja nicht wie es heißt dragging rights oder was ja ja da und da ist die kohle ja manual detect habe ich alles klar sag alles weg damit weg damit weg damit weg damit so perfekt das ganze zeug bin ich dann also auch los schön das ist schön das ist sehr schön warum machst du denn hier mit kabel so soll ich nicht ob sie die jahren machen jetzt wird kabel zum gemacht ne der obere macht ja nichts egal 10.000 eis ne ja ja ich gesehen jetzt macht aber ob sie die an jetzt alles gut ja kabel haben wir schon genug ein bisschen apropos zwei siebenfache ne zwei alter es geht gar nicht mal so unzügig zwei vier vier millionen dinge und auch schon wieder zwei sextippel so krass einfach nur so krass krank bei was machst du denn jetzt eigentlich weiter gerade mit den quests ich mach bei deko kraft gerade weiter okay ja gut perfekt kannst du mir mosten pflaster stein machen muss ich kabelstern ich weiß ich da gibt es glaube ich eine maschine für ja fluid transponder haben wir ja schon den einfach mit wasser und dann kabel rein wie viel brauchst denn du eigentlich zwei stück aber mit einem eimer kriegst du vier kabel hin mal steck ja wo dann stecken mit womit ging das fluid transponder oder wo was ja ja und noch ein bucket vergessen bucket vier mal 16 keine 64 doch doch 64 klar ach was muss ich kabelstern können wir immer gebrauchen wenn ihr für ball of moss hinterher wenn wir uns beide so ein kleaver machen da bei der auto repair drauf zack genug genug pur so filmen wir das ganze system noch mal hier passt nicht so viel rein nehmt das war alles schade boah dauert das lange eh boah dauert das lange fände ich wahr sein wenigstens tausender schritte runter nein natürlich nicht ne du brauchst nur für einen ähm 250 ein viertel einmal ich geb die ganzen ein obwohl ich geb die einmal nicht wieder aus ich tu dir einfach ins system ich will kannst du ja leisten ey wir haben es ja wir haben es ja ich finde es lustig dass ich dich scannen kann really really sweet thing oh den hab ich noch nicht den hab ich auch noch nicht nice hab ich die dinge schon den hab ich auch noch nicht sehr sehr geil die hab ich auch schon alle ne ja die hab ich schon alle schade schade die ganze schade diese hatte ich ja auch schon wir müssen die schmelzen abbauen ne die ficken meine FPS so dermaßen so du warst das deco craft ne genau mhm vielleicht hatten wir schon complete mine factory fehlt der chunk loader dann setze ich mich mal an den chunk loader gut den hatte ich vorhin auch gemacht wo du nochmal da warst wenn die objekt und die die andere wie geht denn in diese warte was ist das denn überhaupt weinen irgendwas also weinen videos bei weinen ranken ranken können wir uns doch auch irgendwie herstellen oder nicht wie geht der denn nochmal man konnte sich doch ranken irgendwie herstellen wenn mich nicht alles täuscht ich weiß nicht mehr wie wie das ist noch nicht mehr ne ich auch nicht mehr scheiße haben wir keine jungle wood hast du nicht gesehen? biome teil zeugs ja haben wir aber da ist nichts hab ich schon geguckt schade Weil die, äh... Lol, eine Taucherausrüstung. Ja, egal. Dann geht das halt noch nicht. Schade. Aber sonst haben wir das auch komplett fertig, ne? Oh, ich weiß, was ich mache. Oh, ich hab voll Bock drauf. Du fünft aus Wolle. Mhm. Deku-Quirft. Ähm. Boah, hab ich jetzt gerade Bock drauf, das zu machen, ne? Hattest du die, ähm... Machst du die Kabel fertig? In der hinten drin? Mhm. Ja, der ist hinten drin, genau. Elektrum haben wir nicht mehr. Dann mach ich das letzte. Die Kiste letztes verstehen lassen. Zack, gönn dir. Scheiße, jetzt macht der wahrscheinlich wieder diesen Fehler. Ah, ne. Ah, doch. Hehe. Blup. Ach, Entschuldigung. Wieso, was? Nix, nix. Hast du sogar Karat kaputt gemacht. Da haben wir's. Hardened Glas haben wir auch keins mehr. Hä? Das hab ich aber nicht verkauftet. In deiner Kiste sind wieder Sachen drin, ne? Ähm. Und ich bin grad ein bisschen großzügig. Ich guck gleich, guck gleich mal in das Crafting-Teil rein. In den Crafting-Monitor, was ich da alles momentan am Start habe. Da haben wir halt mal schwarzen Farbstoff geholt. Was machst du da? Siehst du das? Also warum macht der pulverisierte Kohle? Lol. Shit. Ähm. Was denn? Tausend. Nein. Alter. Dumm. Nö. Wir haben das. Pulverisierte. Vor allem tausend, äh, Hardened Glas. Tausend davon. Tausend davon. Na komm, jetzt bräuch ich Coal und Pulverized Coal. Ach komm, ey. Ich weiß nicht, wenn man das nicht reintickert. Nicht Auto-Search, sondern Standard-Search. Nein. Nee, ich sink da. Pulverized Coal haben wir nicht. Schade. Weil jetzt können wir schön durch die Quest durchwaschen, ne? Mhm. So, claimy reward. Zack, Deko abgeschlossen. Die Resting-Deko-Sachen sind bei dir in der Kiste. Optimal, optimal. Ähm. Aber diese, äh, die Wines, die Ranken müssen wir noch irgendwie kriegen. Wir müssen nur noch den Beacon machen, dann ist nämlich die Vanilla auch schon fertig. Der Octopil ist auch schon im Machen. Krank. Ja, wir sind auf einem guten Weg gerade. Zack, zack. Zack. Und gönn dir. Was? Achso. Klar, da geht das ja gar nicht. Geht ja hier. Gönn dir. Na? Das Richtige da reinlegen. Gönn dir. So, jetzt aber. Genau, perfekt. Er ist 19. Hardened Glas macht er ziemlich langsam. Hardened, brauchst du gerade hardened Glas? Nee. Dann ist gut. Er macht das ziemlich langsam, nur. Haben wir kein Obsidian mehr im System? Doch, haben wir noch. Der ist aus. Warum ist der aus? Liegt Götter nicht mit rein. Alter, 57k Eisen. Warum privilegiert er das denn? Scheiß schon jetzt, bitte. Sollst du nicht machen. Ich glaube, ich habe ein bisschen viel davon gemacht, ja. Okay, das mit. Wie machst du mal nochmal die Unstabled Ingots? Nicht an dem Dings, bitte. Du meintest sie explodieren. Ich weiß. Nein. Auch vom Prinzip her gehen die gerade gar nicht. Ähm. Eigentlich Eisenwaren obendrauf. Und dann mit das Siggel und unten Diamant. Aber ist nicht. Wo steht es nämlich hier drin? Okay, ich gucke gleich nochmal. Also ich wollte nämlich die Sonarbrille machen, die wir vor einer Quest brauchen. Kein Lied mehr? Da. Ja, da. Vergiss es. Man muss wahrscheinlich erst die Nuggets machen. Wieso kommt das Lied denn nicht so schnell nach? Ja, man muss die Nuggetform von denen machen. Das ist natürlich dann teurer, deswegen. So kacke so. So mega kacke so. Was dann? Ja, der packt mir mal das falsche Zeug da rein. Der packt immer nur zwei Lied auf einmal da rein. Warum das denn? Und auch noch richtig wenig Obsidian. Da wieder Obsidian und Lied. Diesmal hat er das richtig gemacht, aber... Trotzdem, das dürfte nicht so sein. Jetzt macht er nämlich wieder das Zeug. Macht er Elektrum, okay. Ah. Dann darf ich nicht alles gleichzeitig machen anscheinend. Also gar nichts eigentlich gleichzeitig machen. Das da. Das da. Das da. 21 ist jetzt ein bisschen wenig, ne? Ähm. Redstone. So, du da, bitte mach den hier. Du da, du gehörst da nicht rein. Du da sollst das auffüllen, genau. Ich muss die Interfaces ja wahrscheinlich irgendwie anders schalten dann und so, aber ist ja egal. Resonanz-Strongbox fehlt da noch. Sonst könnte ich das eigentlich auch so fast schon abschließen, ne? Du musst was essen, wichtig. Hier hast du noch die ganzen Deko-Craft-Sachen drin, ne? Kann ich einfach mal rausziehen. Zack, 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 zack. Deko-Craft. Wo haben wir es? Da. Mir fehlt noch der Lapis-Brick. Ja, das war es, glaube ich. Lapis-Brick. Da. Zack. Kleine Reward. Nice. Tschüss. Ne Invaschere, wow. Das ist aber mal ne Sache, die man braucht unbedingt. Mhm. Du ballerst noch durch, du ballerst noch durch, du ballerst noch durch. Warum ballerst du nicht mehr? Dankeschön. Mit dem Hardnet-Glass tut er sich irgendwie schwer. Keine Ahnung warum. Tut er sich mega schwer mit. Und da gibt es hier auch die, 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 die. Warte mal. Ja. Hm. Dumm. Ähm. Die Unstable-Engels gehen nicht hoch, ne? Okay. Hast du dich hier gemacht, oder wie? Hm? Hast du dich hier gemacht, oder wie? Binderwatt dabei. Nice. Bin dir. 60k Eisen fast, ey. Weil du kannst nicht mal die Nuggets stacken, ne? Von denen, äh, Unstable. Okay. Dann könntest du das ja nicht mal ansatzweise eins quaften. So schnell kann man ja nicht sagen. Die sind so gesehen nur instabil, wenn du die, äh, mit Eisen direkt die Barren quaftest. Das ist aber gar nicht möglich in so ein Modpack. Okay. Was machst du jetzt damit? Ah, so ein Glas ist okay. Was kann die denn? Sieht ziemlich komisch aus. Hm. Was kann die? Ja, ne Ahnung. Eingeschränktere Sichtfälle. Ja, wow. Zieh sie lieber wieder ab, ey. Man weiß nie, wo du dich die Server abbraucht, ey. Solche Sachen kenn ich. Da raucht der Server gerne von ab, von solchen Brillen und sowas. Hm. Und testen? Hm. Ah, Dome, die brauchst du. Musst du jedenfalls auch haben. Fakt in deine Kiste. Gut, gut, mach das. Und die anderen Sachen, die jetzt noch fehlen von diesen Goggles und Boots, ne? Ist entweder Endstufe von Blood Magic oder Endstufe von, hier, TomCraft. Ja, geil. Ja, stimmt. Und dann, äh, irgendwie so Essentia Sachen von TomCraft müssen wir noch haben. Warte mal, Submit war, glaub ich, ähm, scheiße. Weißt du, was wir brauchen? Wir brauchen zweimal den achtfachen Cobblestone. Ich weiß. Richtig scheiße. Das hätt ich dir auch vorher schon sagen können. Das hab ich wohl schon gesehen. Dass dann die 43 Millionen Kabel weg sind. So, an dieser Stelle sag ich dir noch erst mal wieder, danke fürs Zuschauen. Lass einen kleinen Bewerb, wenn es dir gefallen hat. Und schaut auch im nächsten Mal wieder rein bei Minecraft, äh, Gravians, guys. Ciao, ciao. Ciao.